hey leute und willkommen zurück zu einer neuen let's show folge es kam lange wie keine folge mehr aber jetzt kommt wieder eine neue folge wie ihr vielleicht jetzt seht ich habe nicht so viel weiter gebaut habe in kreativ modus gewechselt um schneller zu bauen um schneller zu zeigen habe dafür sehr wenig weiter gebaut so erstmal hier pferdestein ein bisschen gemacht hier ein heuhaufen und eine kiste da da hier habe ich durchgang gemacht hier habe ich mit alles mit holz verkleidet und so rahmen drum hier ist auch so ein tür hier habe ich ganz wenig weiter gemacht außer das loch darunter gemacht ich habe hier trichter überall gemacht mit schienen wo dann die transportbahn fahren wird um die farm sachen abzuholen ich zeige jetzt mal was was ich am meisten gebaut habe so hier durch hier durch den nether nether, 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 keine ahnung hier durch den durchgang fliegen und durch das andere portal und wir sind jetzt so anders erstmal hier ein kleines nether portal haus da unten sieht man eine brücke hier kommt dann noch ein weg hin hier ist schon ein weg der nach unten führt über diese brücke hier und hier endet der weg so muss jetzt fliegen für da hinten hin hier kommt dann noch ein weg bis da hinten hin und man sieht schon das habe ich am meisten gebaut hier kommt eine straße hin habe ich schon ein bisschen gebaut hier ist ein überführung ein tunnel hier kommen so gefängniszellen hin so erstmal wie auch diese sachen ne ich zeige erstmal also hier ist straße das hier ist ein brunnen so etwa das ist wasser sozusagen aus dem untergrund holt das ist nur symbolisch so das funktioniert ja auch nicht in echt es führt da rein zeige ich gleich ich zeige das hier erstmal hier durchgang und hier geht man hier ein aufstieg jeder eingang und wir sind im rathaus mit kronleuchter und mehrere etagen wir gehen aber erstmal runter hier weiß ich noch nicht was hier hinkommt hier muss erstmal der boden gemacht werden hier ist eine tür hier egal hier kommt eine kanalisation hin hier ist ein durchgang wc frauen mit zwei duschen hier kommt kloß hin und hier waschbecken und hier wc männer hier hier ähm ja dings hier klo dusche so Tür zu hier ist ja ein großer raum hier kommen dann kommt dann ein büro hin warum habe ich ein ei wc wiii ja hier der raum hier ist ein see der kommt noch weg hier ist dann noch ein bürozimmer hier ist dann auch noch ein büro zimmer da hinten ist irgendwas keine ahnung hier ist dann noch eine tür für kanalisation genauso wie hier und hier geht man hier hoch hier auch hoch und hier kann man gucken auf diesen raum hier ist nur für mitarbeiter hier denn das hier ist die wasserversorgung da ist das teil was draußen ist das wasser holt und hier ist die wasserversorgung für die duschen und so weiter so wieder raus und jetzt mal hoch erstmal geradeaus hier hier ist noch gar nicht fertig büro 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 so ja mehr gibt es hier auch nicht zu zeigen hier kann man noch runter gucken hier geht es noch hoch hier einmal rund bockt und da kommt was hin da kommt ein büro und da auch ein büro das hier ist der größte raum größte büro so fliegen hier kommt auch irgendwas großes hin weiß selber nicht was hier ist der kronleuchter und große fenster so dass viel licht reinkommt aber in der mitte ist trotzdem sehr dunkel hier kommt noch blümchen über hin und hier treffe hoch hier ist ein turm hier kommt noch ein dach hin und hier habe ich keine ahnung was hier dann im dachgeschoss hinkommt irgendwas wird da hinkommen so hier durch die tür und jetzt sind wir im turm es ist immer drei uhr sieht man hier und jetzt hier die leiter hoch und jetzt sind wir ganz oben da ist ein lavasee da kommt das dach hin und hier ist eine fahne soll jetzt wieder runter zu machen und eier werfen so jetzt wieder runter ja hier ist eine kuh und schaft drin ja was denn sonst so das war das radhaus ist sehr groß im vergleich was andere so bauen ist das so was ich hier noch bauen möchte ist einmal eine raketen station eine bibliothek supermarkt hohen gebäude straße und so weiter und es wird auch nacht ein tag dauert zehn minuten so jetzt wieder zurück da ist die brücke der weg wird dann komplett weiter geführt bis dahinten hin so hier jetzt hier durch das portal war das schon vorher keine ahnung hier im brauraum raum mit brunnen und blättern ja und das war's ich guck grad noch mal ob noch irgendwas zum zeigen ist ja hier die decke werde ich noch mit steinen zu machen das hier wird ja bis ganz unten hin geführt und ganz unten wird dann ein lava becken sein somit wenn man runter fällt dass man dann verbrennt ja jede seite habe ich hier mit redstone redstone gemacht hier und ja kolben so dass das system schon mal fertig ist und das war's jetzt jetzt nochmal da hinten hin und wenn ihr noch bauvorschläge habt schreibt es in die kommentare sonst vielen dank fürs zuschauen und gute nacht ciao und 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 und